und damit wünsche ich euch herzlich willkommen hier zu einer neuen folge vom let's collect der panini euro 20 24er sticker serie 3 päckchen 18 sticker und genau und heute seid ihr live dabei wie ich das sammeln mache jungs und mädels sammeln mache ich immer die facecam groß und guckt bescheuert in die facecam und ich gucke heute richtig bescheuert und wahrscheinlich habt ihr euch beim sammeln gedacht dennis was ist los super super bild das nehme ich heute drei päckchen 18 sticker hier bleibt dann wäre die erste seite auch weil die brauche ich für ihr seht es für die einzelnen gruppen und die einzelnen mannschaften dann lege ich die links hin und dann gehen wir rein ins erste pack ganz entspannt jungs und mädels ganz entspannt und wir starten mit dem schottischen nationalspieler shee adams hatte ich glaube ich bis dato bis dato noch nicht gezogen wollte ich sagen schottland ist die deutsche gruppe und es kommt einfach wieder harry mcguire also jungs was los bei harry mcguire ist es das gleiche pack antonio silver ja die beiden sind auf jeden fall doppelt antonio silver dennis sakaria weil die habe ich in der letzten folge eingeklebt ich glaube diesen israel sticker nicht und spora bin ich mir auch nicht sicher slowenien schon bitter also sehr bitter hier einfach direkt drei doppelt dann was slowakei shiny slowakei ist auf jeden fall dahinter mario götze gynok kolon wie ham das kann nicht sein das ist der nächste doppelte vier doppelt heute was das denn für eine folge niederlande kommt vor slowakei türkei ist ganz hinten deutschland ist ganz vorne und griechenland ist auch ganz hinten so und israel ist davor jetzt habe ich das richtig also heute das ist auf jeden fall eine belastende folge spanien star spieler mit oder artist sticker das ist erste sticker spanien dann die olmo chica leschi ist doppelt weiß ich also das ist das ist richtig bitter ich öffne noch leute ich öffne noch eine weitere tüte das kann ich nicht nee das mache ich nicht das kann ich nicht so auf mich sitzen lassen hier dänemark serbien und österreich man krampf die länder zu finden ich sag's wie es ist man und serbien gruppe c nach slowenien und nach dänemark so ich öffne noch eine tüte hier das wollte schon also sind ja gefühlt eine ganze war eine ganze packung gefühlt doppelt was haben wir hier ist land logo ist die ist die mäste gruppe dem irgendwo dahin also weiß wirklich der kopf qualmt bei diesem suchen hier der kopf qualmt einfach kriege ich auch dahin schottland vorne england nach serbien oder da und wohin belgien gruppe e da irgendwo und dänemark kommt bei paulsen in leckomio leckomio irgendwie so muss es hier sein wenn ich ein bisschen was falsch habe ja dann dann suchen heute ein bisschen mehr dann ist das so zack 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 und zack müssten aber jetzt glaube ich keine doppelt sein also jetzt keine mehr aber wir hatten ja heute fünf sticker doppelt einfach ein fast ein ganzes pack so deutsche gruppe mario götze der klebt noch nicht und er kommt hier oben rechts hin zack dann schottland schottland haben wir artist chee adams der hier unten hinkommt das ist auf der erste schottische sticker und der zweite schottische sticker kommt direkt mit dazu nathan pettersson wunderbar dann spain 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 da klebt pino lamin jamal das logo und jetzt auch in danniolmo sehr nice hoppa da war eine kleine luftblase drin jetzt ist sie raus so dann haben wir top von slowenien das ist nicht diese gruppe sondern die nächste gruppe erst also hier richtig richtig aber haben wir doppelt andraspora wir hatten ein ganzes pack doppelt nicht nur eine hälfte nicht nur fast ein ganzes pack sondern wir hatten ein ganzes pack doppelt so hoiberg ist drin und paulsen habe ich auch noch nicht dänemark zwei lücken zugemacht das schmeckt natürlich schmeckt die schmuggelt die schmuggelt die schmockt so jordan henderson drin dann serbien mit der neuen das werden wir übrigens auch noch machen wird es glaube ich werde ich eine extra folge zu machen serbien 9 oder werden wir irgendwann mal in einer folge machen nicht eine extra folge sondern werden wir irgendwann umsetzen habe ich jetzt sehr mit übersprungen oder niederlande wales finland polen ne serbien ist hier gar nicht ja moin wo ist serbien serbien wo ist euch hier ja ich sage ja leute das sortieren hier ist immer ein geuchtes kronk und hier ist serbien auch nicht dabei jetzt muss ich wieder nach ganz nach vorne wo ist serbien serbien ist am selten 36 ich habe serbien übersprungen serbien war vor england da hat's klack gemacht in meinem köpfchen clock so niederlande war die niederlande hier mit dabei ich glaube ja hier ist die niederlande hier kommt die niederländer hin und die niederlande habe ich schon mehr als ein pack doppelt das war's komplett so finland kommt hier mit dazu das ist gut die 10 habe ich auch noch nicht und die 11 sind ja immer wie gesagt zwei auf einem stecker hier auf diesem kleinen und drin so dann haben wir es land als logo es dann war aber davor glaube ich ja hier erstland estonia drin das ding dann die slowakei hat man die slowakei war die slowakei davor ne slowakei war nicht hier aber sei bald kommt und sei bald ist auch doppelt wir haben acht sticker doppelt das glaube ich jetzt wohl nicht und hier ist die slowakei gut und hier kommt aber auch leandro trossat als top 11 2 der zweite top 11 erst top 11 von belgien ist louis louis hoppenda von den leipzigern sonst hier kommt die slowakei hin sehr gut dann haben wir israel die vier und die fünf und sind beide auch doppelt ich glaube das doch alles nicht mehr was sind dass sie was war das heute für eine folge was ist das für eine folge ukraine 10 und 11 das sieht gut aus zweistel gamma noch türkei und griechenland türkei vier mert gündog habe ich noch nicht und griechenland 10 und 11 beide doppelt ach das ist lächerlich also was hier passiert das ist wirklich lächerlich habe ja sogar ein extra pack geöffnet aber das extra pack hat gefühlt auch nichts gebracht ich hoffe nicht dass es in den nächsten folgen dann genauso passiert mit einigen doppelten stickern ich hoffe nicht ich hoffe nicht lassen wege lassen ab oder das soll es gewesen sein für die heutige folge dann sehen wir uns beim nächsten mal tschüss